Festnehmen, festnehmen, macht eure Arbeit Polizei, macht eure Arbeit. Auf was wurde hier geschossen? Glasflasche? Aha. Also wenn die Polizei diese scheiß Faschisten nicht einmal klar macht, da muss ich mal ganz ehrlich sagen, korrupte Polizei, absolut korrupte Polizei, was ist denn hier los? Unterstützt ihr hier die Linksfaschisten oder was? Ja, da wird es Aufsichtsbeschwerden geben, die ist Aufsichtsbeschwerden, Feststellungsklage. Ich habe jemanden, der zeigt nur Polizisten gerne an, mit dem werde ich nachher dann mal telefonieren. Der schaut nämlich die Livestreams mit. Das werden wir dann mal klar machen, was hier los ist. Wir werden hier von den Faschisten angegriffen täglich, beschossen. Unsere Leute werden niedergeschlagen. Der Hohensohn hier klaut die Israel-Fahne, ja. Der Hohensohn versucht die Israel-Fahne zu klauen, ja. Das gibt es ja wohl gar nicht. Wo sind wir denn hier? Das ist der hier. Hier kommen wir wieder her. Wir werden wiederkommen und wiederkommen. Euch Faschisten werden wir nachhelfen. Ja. Das ist der politische Islam. Das ist der Faschismus. Die Polizei greift nicht an. Die Polizei hat ihn nicht festgenommen. Der hat die Israel-Fahne entfernt. Das ist eine Sauerei hier. Also so ein korruptes...